Heyo, hier ist Ronja und wir spielen heute mal wieder Lucky Blocks mit dem Tops und ich habe meine Hundis noch aus letzter Folge, die war bei Tops, also falls ihr die noch nicht gesehen habt, geht schnell rüber, guckt die euch an, die ist hier auch irgendwo verlinkt und dann würde ich sagen, nehmen wir uns unsere Start-Items. Ich habe heute die guten, ich glaube das sind eigentlich Doctor Who, Upsilei, Doctor Who Blöcke, aber wir nennen sie jetzt mal Elektro Blöcke, weil die so cool, ne, Elektro Siebsam und Topster TNT Blöcke, das heißt, mach den ersten auf. Lol, was habe ich gekriegt? Du hast ein Schwert, oder? Broken Creeper Hunter Sword Level 5, broken. Okay. Boah, das ist irgendwie so ein Set-Schwert, what the hell? Lol. Was kam das denn? Also ich glaube, wenn man so ein Set hat, dann kriegt man auch einen Bonus und das ist unbreakable und hat sieben Attack Damage. Boah, voll cool. Also meine Hundis und ich, was ich sage, gehen Hundis, weil sie sollen sitzen bleiben, damit die nicht sterben, wenn da hinten eine Explosion kommt. Jetzt hier vorne kann ich leider nichts für sie tun. Was ist das? Baby, richtig Ronja. Baby, Delacium, Baby, du musst aufpassen, Dalek, Daleks sind böse, Dalek. Ich weiß, aber da steht Baby richtig, Ronja. Also bis jetzt würde ich sagen, das sind meine besser. Ich mach den nächsten auf, da war gar nichts drin. Dein Hund greift mich ein. Ja, weil ich dich gehauen habe. Bleibt ruhig Hundis, bleibt ruhig. Okay, mach den nächsten auf. Ich hatte nichts drin bei mir, was hattest du? Äh, bei mir, äh, Explosion, Hermit. Okay. Was passiert gerade? Warte mal, was? Was? Nein, 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 Killer-Häschen. Oh, oh. Äh, warte mal, kriegst du's? Äh, wo ist es denn? Okay. Oh, vielen Dank. Äh, gut, dann haben wir das Killer-Häschen jetzt erwischt. Warte, 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 ich schlag dich mal. Oh, lol, der Helm sieht aber voll cool aus. Warte, drehe mal deinen Kopf zu mir. Oh, lol, da steht TNT drauf. Ich weiß, das ist Ex- Ah! Ich sollte dich doch schlagen. Ja, ja, okay, jetzt bin ich wieder voll live, weißt du. Ja, okay, nice, 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 nice. Okay, bis jetzt würde ich sagen, sind unsere Blöcke relativ gleich auf, oder? Was hast du? Zeig mal. Man kennt's, ne, die TNT-Blöcke? Ja, die TNT-Blöcke. Oh! Okay, warte. Willkommen zur Leben- oder-Tot-Gameshow. Nimm die richtige Kiste. Okay, äh. Okay, okay, wenn ich die falsche Kiste wähle, werde ich hochgejagt, aber wenn ich die richtige kriege, dann habe ich ganz viel Gold. Ich nehme die, mh, links. Ja! Was, das sind die anderen? Soll ich die anderen aufmachen? Nee, mach nicht die anderen auf. Aber die sah ein bisschen anders als die anderen, weil die hier sind so ein bisschen rötlich. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber der hat so ein bisschen, sieht der anders aus. Nee, die sehen gleich aus. Das ist hier, warte mal. Halt mal Abstand. Oh, oh. Ah! Ron-Go? Da steht Ron-Go! Mann, Tops! Immer machst du alles kaputt, Tops! Deine Runde! Die hat's weggefetzt! Mann! Also, oh nee, die sind da unten noch. Oh nee, da unten sind irgendwelche komischen Silberfischlis. Lol, alter Vater, das war jetzt gerade meine Explosion, ähm. Äh, ja. Aber, ich wusste, was die richtige Kiste ist. Also, würde ich sagen, es ist schon mal ein Sieg. Ja, das ist so, so siebter Sinne. Weißt du, ich mache mal meine Kiste auf. Ja. Warte, ich brauche hier noch kurz, dass nicht alles runterfällt. Explosion, chestblade. Oh, vielleicht ist auch so ein komplettes... Das ging sogar so nach oben. Warte, bist du gecrasht? Ich mache den nächsten auf, ja? Nee, danke, ich will nicht. Okay, dann mache ich... Weißt du es? Okay. Ich weiß nicht genau, was mir das gebracht hat. Ich weiß Schraubenzieher. Ja, irgendwas mit einem Schraubenzieher. Aber ich habe jetzt nicht wirklich was gekriegt für einen Schraubenzieher. Nö. Nö. Das ist vielleicht ein bisschen verbuggt, okay? Ja, vielleicht war das... Was hast du? Oh nein, schon wieder so eine ganze TNT. Aber guck mal, da kann man so eine ganze Bahn machen, weißt du? Zeig mal. Wir können so eine Achterbahn machen, ja. Oh! Oh, wir können nachher eine Achterbahn bauen. Ja, hier so, zack, zack, zack. Easy peasy. Ich glaube, du baust die nicht so schön. Aber okay. Ich mache meinen nächsten Block auf. Oh, Goldrüstung. Guck ich. Oh, nee, das ist nicht Goldrüstung. Das ist magische Rüstung. Guck mal hier. Ich sehe aus wie Bob der Bauarbeiter. Ja, mit der Hose. Weil ich so keine Gehirn-Oberteile anhab, dann sieht es einfach aus, als wäre ich so, keine Ahnung, Müllmann oder sowas. Also eine große Hose. Warte mal, ich mache... Ich kriege... Wenn, wenn es nicht... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Es regnet. Ich glaube, das war mein Dingensens. Was hast du da für Schuhe, Taubs? Äh, das sind die... Warte mal, die heißen Blastboots. Die lassen mich schneller laufen. Weißt du? Mein Helm lässt mich schneller regenerieren. Meine Schuhe lassen mich schneller laufen. Hast du irgendeinen Vorteil, wenn du die ganze Blastrüstung hast? Ich erinnere mich. Okay, ich habe... Ähm... Oh, diesmal habe ich Zutaten gekriegt. Echt? Ja, aber ich habe kein Crafting Table, deswegen kann ich nicht. Okay, okay, dann machen wir einfach mal weiter. Okay, machen wir weiter. Ich habe... Äh, Baby Fourth Doctor. Äh, ist da überhaupt ein Kopf drauf? Nö, da ist kein Kopf drauf. Ah, oh, ich glaube, ich weiß es, weil das ja so Doctor Who-mäßig sein soll. Eigentlich die Blöcke. Ja, der Baby-führte Doktor, ich weiß. Dass der, dass der da... Ich habe Doctor Who nicht geguckt. Warum hat der dieselben Sachen wie du in der Hand? Na, weil ich dem was gebe. Ach so, du gibst ihn. Ach so, ich würde gerade sagen. Nee, 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 ich gebe dem was. Hier, der kriegt jetzt... Ne? TNT. TNT. Auf geht's. TNT, ja. Mach mal den nächsten auch von dir, Tops. Uh, gleich kommt auch die Reihe mit den extra unglücklichen Blöcken. Da bin ich mal gespannt, was kommt. Was hast du? Äh, ich habe Broken Creeper Hunter Helmet. Was macht das? Okay, zeig mal, zeig mal, zeig mal. Sieht so aus. So, 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 lächstrig. Oh, okay. Siehst du? Hm. Ja, aber ich finde den... Der andere ist besser. Ja, das ist mit dem TNT, ne? Okay, hier war gar nichts drin. Okay, bei mir ist es da drinnen. Äh, da habe ich die Broken Hunter Te... Äh, Broken Creeper Hunter Boots. Ach so, Boots? Ja, Boots habe ich jetzt. Okay. Du, es gibt, okay, es gibt bei dir scheinbar zwei verschiedene Rüstungen und bei mir sind ständig irgendwelche Doctor Who References, die ich nicht verstehe, weil ich die Serie nicht geguckt habe. Du denkst, du bist cool, aber du wirst niemals so cool sein wie Peter Capelli, der 12. Doktor. Also, ich, ich glaube... Er reitet einen Panzer, während er E-Gitarre spielt. Ich glaube, ich fände es lustiger, wenn ich die Serie kennen würde. Oh, Topps rennen! Oh, Topps rennen! Warte mal, ich renne vielleicht lieber auch. Äh! Wenigstens sind meine DNT Lucky Blocks... Stimmt! Also, normalerweise... Echt, sind die das? Also, ich wäre scheinbar... Also, ich habe mir schon ein paar in die Luft gesprägt. Okay. Hier, da ist... Okay, das war jetzt nicht so unglücklich. Das war ein Pfeil drin. Das, das hätte auch... Oh, ich habe den Ancient Sonic Screwdriver jetzt gekriegt. Keine Ahnung, was der bringt. Darf ich den haben? Den Screwdriver? Ich bin ein Dr. Who Fan. Hier, dem... Ich habe noch ein Schwert. Pfeil. Ja, ich weiß. Aber ich habe jetzt noch ein Schwert. Ach, das ist deiner. Richtig scharpen ist vier. Nee, oder doch? Okay, ich war scheinbar nicht wirklich unlucky. Bitte hitz-unlucky. Das ist ja immer nur eine Chance, dass es unlucky ist. Das ist ja nicht 100%. Was ist das? Was war das? Äh... Unlucky 10 Tebow minus 100. Ich habe einen Schuss, wenn ich hier... Oh, oh, Ronja. Oh, 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 oh. Also, aber hattest du auch eher was Gutes drin, oder? Oh, das war eher was für nicht so Gutes. Das war nicht so gut. Warte, ich baue mal den Diabon-Block ab. Dann habe ich... Ja. ...habe ich den mal in meinem Inventar. Ja. Oh, viel Spaß beim neuen Weg bauen. Ich mache mal noch einen auf. Och, nee. Was ist denn los? Ein Zombie. Wieder Bob? Nee, es ist nicht Bob. Es ist ein zombifizierter Achterdoktor. Also, ähm... Jetzt weiß ich, wie du dich fühlst. Ja, ich wollte gerade sagen, war auch clever, das TNT quasi, ne, zu nehmen, weil da fliegt man vielleicht ab und zu die Luft. Du musst ein bisschen nachholen mit aufbauen. Ja, ich weiß, aber ich bin da professioneller. Okay, dann mache ich schon mal den nächsten auf. Da war nichts drin. Im übernächsten ist schon wieder ein Zombi... Äh, jetzt kann ich reden. Zombifizierter Achterdoktor. Was hast du gesagt? Au! Au! Ein zombifizierter Achterdoktor. Was hast du? Okay. Ich habe wahrscheinlich gleich wieder Explos... Uh! Und tschau. Tschüssi. Das ist ja perfekt für meine... Oh, Leute. Also, ich muss sagen, ich finde deine TNT-Blöcke fast ein bisschen cooler als meine Doktor-Hu-Blöcke. Aber ich verstehe einfach die ganzen References leider nicht, weil ich die Serie ja nicht kenne. Ich fand nur, die sahen so hübsch aus und so cool, dass ich die unbedingt benutzen wollte. Oh! Oh, Blast Protection 100? Oh! Hey, lassen wir rüberwachsen. Oh! Ja, und plus 5 maximal. Also, ich als Bob, der Baumeister, kann hier immer noch nur sagen, das sieht ein bisschen cooler aus als meins. Nimm diese Chessplate. Die ist ganz praktisch. Nee, das ist die, wo ich crashe, gell? Das ist die, mit der ich hochfliege. Ja, ja, Tops. Ja! Ja, ja, ich mach meinen Nächsten auf. Ich mach meinen Nächsten auf. Oh! Äh. Schon wieder? Hast du das wieder schon? Nee, warte mal. Da ist gerade gar nichts passiert. Ach, nee, es ist der Regen. Ach, okay. Ich glaub, das war meine Kiste. Ah, ähm. Machen wir weiter? Ich mach eins auf. Lol. TNT-Schwoll... Was? Ihr habt das Gefühl, deine sind voll OP. Ich mach jetzt meine weiter auf. Okay, hier ist eine Kiste drin. Ha, mit gar nichts. Okay. Warte mal, ich möchte dich mal schlagen. Ich schlag dich einmal, ja? Okay, einmal. Oh, lol, lol, lauf! Oh, das ist ja voll... Boah! Ah. Okay. Das ist ja mal mega geile Schwert. Ich wünsch das gestern Vanilla auch. Irgendwie krieg ich da selten was raus. Oh, doch, warte mal. Ich hab einen Dr. Who Lucky Block. Oh, ich hab einen Lucky Block mit plus 100%. Das sind ja alles die Nuller. Nuller. Also die Null. Das heißt, der ist super lucky. Das heißt, wenn ich Geiz den raufmache, dann kommt hundertprozentig was Gutes raus. Hundertprozentig kommt jetzt was Gutes raus. Oh, Gott, ich hab mich voll erschreckt, aber es kam wirklich was Gutes raus. Ey! Äh, Tops. Tops. Aber nicht, es ist für alles, was hier war. Würde ich jetzt auch sagen. Okay. Mach weiter. Ich mach mal, ich mach meins weiter auf. Äh, was ist das? Äh, was? Eine Zukunftshacke? Eine Zukunftshacke? Was kann die? Ey! Hey, pack mich nicht. Ich glaub, die hat richtig viele, ich hab, die kann's ja richtig oft benutzen oder so. Ich baue mal ein paar Samen an. Ja, mach das. Was ist hier drin? Ja, okay, okay, okay. Ich klau mir mal so eine Kiste und guck, was da drin ist. Nix. Okay. Oh, da war nix drin? Irgendwie? Oh, warte, jetzt, jetzt, jetzt. Es regnet, es regnet, es regnet. Es regnet, Blacke. Es regnet, Blacke. Oh, so schwarz-weiße. Äh, es ist Polar, Obsidian, Redstone. Ey, das ist eigentlich so wackeisch eigentlich. Da war schon wieder nix. Irgendwie, also in diesen Doctor Who Kisten ist oft einfach nix drin. Ja, guck dir mal meine Kisten an, Alter. Stimmt, du baust hier einfach so ein Lager aus Kisten auf hier. Ja, ne? Okay, mach mal weiter, mach mal weiter. Was ist da oben? Komm, komm, lass runter. Was ist das? Es landet jetzt, oder? Das ist wie so ein kleines Mini-UFO. Das soll ein Komet darstellen. Äh, halt Abstand, halt Abstand, halt Abstand. Oh, oh, ich seh's. Das soll ein Komet darstellen, wenn ich mich nicht schaff. Oh! Ich bin im Wasser. Im Wasser bin ich sicher. Willst du nicht kaputt gehen, bitte? Das geht kaputt. Oh, das ist voll süß gemacht. Das ist ein bisschen langsam, aber es ist voll... Oh, Leute, das ist... Leute, das hat Land gemacht. Guck mal. Oh, stimmt. Leute, das ist ja mega cool. Okay, jetzt. Ich... Ah, ne, da ist nicht nichts dran. Da fällt wieder was von oben vom Himmel. Ein paar, äh, Eisen-Gold-Bahn. Hier bei mir. Schon wieder eine Kette von... Ich hab schon wieder den kleinen Doktor. Hier, du kriegst einen Diamant-Kleiner Doktor. Der Elfte ist es aber diesmal ja. Ja, aber der kleine... Das Baby ist ja immer der Elfte. Hä? Oder? Nein. Was war der hier? Stimmt, das war der vierte. Ja, das war jetzt der Elfte. Mittlerweile gibt's, glaub, 13 verschiedene Doktoren. Krass. Okay, war da schon wieder... Ah, ne, da ist was. Diamant-Block. Gold-Block. Das ist grad der super-lucky-Block gewesen. Also hier krieg ich Gold, Diamant-Blöcke. Äh, was kriegst du? Guck mal. Ich geh mal die Axt an. Pff, krass. Mega geil aus, oder? Hier sieht... Gib mal, gib mal. Gib mal, aber hier, weh, weh, du gib mir nicht zurück, weil dann hab ich hier... Boah, die sieht voll cool aus. Wie viel Schaden macht die? Ich vier, ich hab ja sowieso noch ne... Achso, stimmt, du hast die Rüstung. Keine Ahnung, warte mal, das krieg ich hier raus. Ah, hier, das Ding hab ich schon. Wenn du willst, kannst du das haben. Nee, den mag ich nicht. Ich hab ja den goldenen. Äh, was ist hier? Und nochmal nen Bogen. Okay, warte, warte, das hab ich nicht. Oh, Creeper-Hunter-Bow. Was ist das? Oh, ne. Hä? Power-Punch, was? Äh, Tops. Oh, leu. Tops. Warte, lass mich hier mal... Das ist ein Gigant. Äh... Lass mich hier mal mit meinem Bogen angreifen. Okay. Huch, du hast mich angegriffen. Läu, läu, was zur Hölle? Ach, der... Warte mal, okay. Ich glaub, du hast... Hast du auch friedlich gestellt? Ja, oder? Hast du? Nee, also, ich hab nicht auch friedlich gestellt. Aber sonst würde der uns auch angreifen, oder? Ich glaub, der ist einfach nur... Äh, ich glaub, der ist einfach nur... Pass auf, Ronja. Ups. Sag noch, pass auf, Ronja. Oh, Leute, der geht einfach unter. Willst du noch deinen letzten... Ich mach jetzt noch den letzten auf. Warte, warte. Aber ich hab richtig viel Stuff gekriegt. Aber hauptsache... Hauptweise... Hauptsache TNT. Ich komm nicht ran. Sicher? Ja. Ronja, guck mal hier, da. Easy. Ähm. Hab ihn kaputt gemacht, aber da ist schon wieder nix. Da war schon wieder nix drin. Ja, Ronja, weißt du, das passiert halt. Aber deine TNT-Blöcke waren mega cool. Also, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche ihr besser fandet. Ob die TNT oder die Doctor Who-Blöcke. Also, die Optik von den Doctor Who-Blöcken war schon schicker, aber... Also, vom Aussehen waren die wirklich cooler. Ja, weil die auch so ein bisschen animiert waren, aber ich find... Wenn man die Serie kennt, glaub ich... Ja, das glaub ich auch, das glaub ich auch. Aber ich fand die TNT-Blöcke mega cool. Ähm, gut, ihr könnt ja mal schreiben, was ihr bei... Oh Gott, Tops, hör auf, alles in die Luft zu sprengen. Das ist gar nicht gut, das Tops zu geben. Alles gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Boom. 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 Boom.